Erspart mir eure Worte und tut, was man euch befohlen hat, wie ein gutes Mädchen. Gefällt es euch so sehr, dass ihr mir erlauben würdet, weiterzuleben? Ihr verschwendet meine Zeit, ich bin nicht zu eurer Unterhaltung hier. Ja, treten wir sie mal und sagen, wie ein gutes Mädchen. Eure Indikus wieder tat euren Tod, aber ich bin nicht sein Schoßhund und ihr untersteht jetzt meinem Willen. Eure indischen Bemerkungen werden kein Gräulging meinem Bruder hervorrufen, aber ich muss ihm auch nicht sofort gerorchen. Meine Fähigkeiten haben mein Interesse geweckt und da ihr sterben werdet, würde ich es euch auf unterhaltsame Weise machen lassen. Eure Indikus kann so hart sein, wenn er will. Er plant die Rache für seine Verbannung und kann an nichts anderes mehr denken. Ich befürchte, dass sein Entschluss, lebendig zu bleiben, eine Fehlentscheidung war. Ja, sie ist Vampir geworden. Der Untot brachte mich dazu, mich auf die Fähigkeiten von mächtigen Kreaturen zu konzentrieren und mich für diese zu interessieren. Ich das interessiere mich für euch. Ich werde euch einen sowohl rumreichen als auch unterhaltsamen Tod bereiten. Ich werde nicht für euch auftreten. Was habt ihr vor? Tut das schlimmste Bode, ich fürchte euch nicht. Was habt ihr vor? Ein Spiel, bei dem ihr keine andere Wahl habt, als mitzumachen. Ihr werdet für mich einen Spießrutenlauf auf euch nehmen, weil ihr an die geringe Möglichkeit denkt, dass ihr etwas ändern könntet. Seht ihr diesen Gang vor euch? Er ist der dunkelste Teil des Heims und seiner Geschichte. Eine Prüfung der Klarheit seiner Gefangenen von einem Direktor, der sich daran erfreut hat, dem Geist zu sezieren. Jetzt steht er unter meinem Einfluss und dieser Ort wird von mir kontrolliert. Es ist ein Meisterstück des Wahnsinns, als dass ihr genau kennenlernen werdet. Es ist einige Zeit vergangen, seitdem ich die Verfolgung eines würdigen Gegners aufgenommen hatte. Geht in das hiesige Labyrinth und sucht einen Ausgang. Ich gebe euch Zeit zu laufen, doch dann werde ich kommen und speisen. Aber ihr lauft nicht nur zu meinem Vergnügen. Ich gebe euch auch einen Einreiz, um die Jagd ein bisschen interessanter zu gestalten. Vielleicht könnt ihr hier Rekurs noch einen Strich durch die Rechnung machen, obwohl die Chance gering ist. Seine Befehle werden Zeit brauchen, gerade so lange, wie meine Jagd dauert. Absolviert meinen Spießroutenlauf und ihr werdet sterben oder frei sein. Die Jagd beginnt. Geht es euch gut? Ich hatte solche Angst. Ihr seid den ganzen Weg hierher gekommen, um mich zu holen und dann sind wir fast... Ja. Tut mir leid, Tarisa. Ich war nur so beunruhigt. Macht euch nichts draus. Seid ihr verletzt? Was hat er euch angetan? Ja, es war äußerst unangenehm, aber wir sind wieder vereint und alles ist wieder in Ordnung. Wir haben überlebt, aber nicht unversellt. Ich muss wissen, was er mir angetan hat und euch. Ja, ja, ich war dort. Lasst uns diesen Raum zurückkennen und ihn erledigen. Was er euch angetan hat? Ja. Ich weiß es nicht. Glaubt mir. Dasselbe, was er euch angetan hat, denke ich, da wir ja gleich sind. Tarisa zeigte mir, was ihr seid und was ich bin und dann hat er es weggenommen. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt bin, Tarisa. Ihr könnt es vielleicht noch nicht fühlen, aber durch den Zauber fühle ich mich leer. Er nahm etwas Lebenswichtiges. Er sagte, dass es meine göttliche Seele war. Ich finde heraus, dass ich ein Kind eines Gottes bin und jetzt fühle ich mich leer und sterbe. Auch ihr seid. Wir werden überleben, indem wir uns gegenseitig helfen, so wie ihr mir während des Zaubers geholfen habt. Ich bin stark und ich werde mich wehren. Ich habe den Kampf in dem Traum überlebt oder etwa nicht? Im Ohr, wir werden überleben. Ihr werdet lernen, damit zurechtzukommen. Es ist nicht so schlimm. Dann gebt auf und sterbt. Es hat auch mir etwas gestohlen. Er hat auch mir etwas gestohlen, aber ich werde weiter kämpfen. Ich muss. Nehmen wir mal das Erste. Der Traum? Tarisa, während meines Aktuars hatte ich keinen Traum. Es gab nur Schwärze und mein Weder verflüchtigte sich. Hat es euch in einer anderen Weise beeinflusst als mich? Ihr hattet länger mit dem Wesen Bad zu tun. Vielleicht seid ihr stärker fokussiert. Oder vielleicht fokussiert es sich mehr auf euch. Ich weiß nicht. Ungeachtet dessen müssen wir uns zurückholen, was die Renikon zu uns genommen hat. Was weint ihr damit? Wir sind gleich, jetzt wo ihr es wisst, oder etwa nicht? Wir haben keine zeitphilosophische Debatten. Was kann warten, bis die Renikon bezahlt hat? Meine Träume waren mit Bösartigkeit verseucht. Ich frage mich, ob eine Absicht dahinter steckt. Nehmen wir mal das Letzte. Ich weiß es nicht. Tote Götter ruhen niemals sanft. Was auch immer, unsere Aufmerksamkeit sollte vor allem unserem irdischen Leben gelten. Ich werde immer schwächer, Tarisa, und es ist erst ein paar Tage her, dass sie das Ritual an mir verzogen haben. Wenn wir das Geschehen nicht umkehren, wenn wir unsere Seen nicht wiederbekommen, werden wir wahrscheinlich beide sterben. Dann lasst uns beginnen. Schließt euch mehr an, und wir werden diesen Ort jetzt gleich entfliehen. Dann sollten wir sofort aufbrechen. Schließt euch mehr an, und wir werden sofort gehen. Wir sollten keine Zeit mehr vergolden. Ich stimme euch zu, aber es gibt ein Problem. Tut mir leid, die Mohnen, aber ich habe keinen Platz für euch. Nein, den haben wir. Ihr werdet wahrscheinlich sterben. Ich folge Renikon, steh voll. Wegen der Angewohnheit, der Ausgewogenheit der Gruppe, habe ich keinen Platz für euch. Findet ihr den Weg nach draußen alleine? Ja, dann lasst uns beginnen. Gut, ich habe die Reisen mit euch vermisst, Alisa. Sogar wenn die Zeiten schlechter waren. Ja. So, Mohnen ist recht niedrig jetzt. Wobei, es geht eigentlich. Hat aber recht wenig Lebenspunkte, muss ich ehrlich zugeben. Hm. Vielleicht kriegt sie die mal mit einem Level-Up nachgereicht. Und mit 16 Konstitutionen müsste sie eigentlich mehr als Airy haben. Dann gucken wir mal in die Vintada. Hat sie nichts. Zum Glück sind wir hier ein bisschen... Vorbereitet. Okay, wir mohnen einfach mal das Ding hier. Und auch... Ach, sie kann ja gar keine Rüstung tragen. Hm, hm, hm. Dann kann sie keine Magie benutzen. Hm. Zauber sind auch so eine Sache. Da kann ich nicht viel einprägen. Da kann ich auch nicht viel einprägen. Ja, für gute Zauber müssen wir erst mal ein bisschen uns umgucken. Ich warte, wenn es das ist, was ihr wollt. So. Wir haben unsere göttlichen Fähigkeiten verloren. Das sieht man daran. Wir können das hier nicht mehr benutzen. Was allerdings nicht so schlimm ist, weil die waren sowieso nicht so anders nicht toll. Es war ja nur zweimal leichte Wunden halb. Zweimal Gift neutralisieren und zweimal göttliche Macht. Ah, ja. Erledigte Aufgaben. Genau. Im Heim. Irenikus hat sich blicken lassen. Die ganze Zeit hatte er geplant, mich herzubringen. Durch Verrat hat er mich gefangen genommen. Und er hat vor mir meine göttliche... Hat vor mir meine göttliche Seele zu nehmen. Das gleiche hatte bereits Simon angetan, die laut Irenikus auch ein Kind von Baal ist. Warum hat Corion mir nichts gesagt? Wie konnte sie diese ganze Zeit eines der Kinder sein? Es stimmt schon, dass es immer irgendwie eine Verbindung gab. Und wenn man Irenikus Glauben schenken kann, war es Imons Geist, der den Makel für eine lange Zeit in Schach gehalten hat. Aber letztendlich spielt es keine Rolle. Er sagte, dass Simon die Prozedur, die er jetzt über mich ergehen lassen will, beinahe nicht überlebt hätte. Er rechnet nicht damit, dass ich sie überlebe. Während Irenikus einen Zauber gegen mich einsetzte, der mir meine Göttlichkeit, meine Seele stehen sollte, war ich in einem Traum gefangen, in welchem ich gegen die Verkörperung meines Instinkts kämpfte und siegreich war. Ich verwachte, doch der Sieg in meinem Traum bedeutete nicht den Sieg in der Wirklichkeit. Irenikus hatte erfolgreich meine Seele genommen und erklärte, dass Bodhi und er nun von ihrem alten Fluch befreit seien und dass Simon und ich langsam dahinsiechen würden. Er sagte nicht, was er als nächstes tun würde, aber überließ es Bodhi, mich ein für alle Mal zu besiegen. So, Aufgaben. Warum auch immer das noch nicht abgeschlossen ist. Fragten, euer Wunsch ist mein Begehr. So, ja. Wir sind jetzt in der untersten Etage, wie gesagt, des Heimes. Und hier kann es recht böse zugehen. Hier wird es auch recht böse zugehen. Okay, okay. Verstanden. Das hier ist nämlich sozusagen die Baldus G2-Variante von Dulux Turm. Los, Spuck, schön. Hi. Erdkolosse. Frag nur, nun gut. So, banden wir das mal. Ja, okay. Zu viele Erdkolosse. Zu viel Schmarrn. Dann gucken wir doch mal lieber. Keine große Herausforderung. Ja, das scheint die Tür nach oben zu sein. Und ja, ich weiß halt nicht mehr ganz genau, wie dieser Dungeon... Der Golem war schon mal anstrengend. Achso, sie kann nicht heilen. Sie kann heilen. Ach, ernsthaft. Der Quick-Bug ist halt ein bisschen nervig. So. Natürlich. Die Beutel nehmen wir auch mal mit, auch wenn wir sie nicht unbedingt brauchen. Und zurück haben wir Yoshimo den Beutel weggenommen. Kann die Mohnen die Pfeile identifizieren? Ja. Hier zeigt mir, wo immer Minsk auch hingeht, macht das Böse einen Schritt zum Schwer... ...stürz dich in mein Schwert, Böses, solange du noch kannst. Der Minsk wird dir keinen solch einfachen Tod gönnen. Oh, da ist er ja. Der ist immer voller Beutel. Auch dieser magische Beutel wirkt wie ein... ...wirkt wie alle magischen Beutel, wie ein einfacher Stoffsack von ungefähr 60x120 cm Größe. Das muss ein Fehler sein, wie es ein Beutel... Okay, das ist dann eher ein Sack. Der immer voller Beutel öffnet sich in einem außerdimensionalen Raum und ist ihm wesentlich größer als außen. Und da kriege ich vorher von, was man hineintuft, wie ich da Beutel immer das gleiche. Ich bin halt gewillt, da die ganzen Heiltränke reinzustopfen. Damit machen wir aber wahrscheinlich den Beutel ziemlich schnell voll. Und auch die stopfen wir mal da rein, solange wir sie nicht brauchen. So. In den Rucksack bitte damit. Alles, was zum Verkaufen ist, kommt weg. Der kann ihm zu ihm mohnen. Das kann man zu ihm mohnen. Und die beiden können man zu ihm mohnen. Ach ja, und das Horn. Und das Schwert. Einmal täglich hast. Ja, nehmen wir das da lieber. Schutzring, damit sie mehr aushält. Ich warte. Euer Wunsch ist mein Begehr. Und dann gucken wir einfach mal, was hier ist. Ich glaube aber, da ist schon das nächste Gebiet. Ja. Also nein, hier wollen wir noch nicht hin. Ihr müsst eure Gruppe... Ich habe Angst, dass dadurch jemand anders, nicht zu ihm,